Die Leute haben mich gefragt, ob ich nicht mal neben meinen Videos zum Thema Handschrift einen Kurs geben könnte. Wenn ich einen Workshop auf dieses Thema geben werde. Schloss Hohen Aschau, oberhalb des Ortes Aschau, hier die Kampenwand und hier die Sommerakademie Hohen Aschau, eine 100 Jahre alte Villa, gestaltet von einem spanischen Architekten. Im ersten und zweiten Stockwerk finden die Workshops statt, in diesen Zelten die Bildhauerkurse und hier im Park der Sommerakademie die Diana-Statue. Am Rande der Alpen gelegen hier über uns die Kampenwand und hier im Park die Zelte für die Bildhauerkurse und eine weitere Jägerstatue. Mit herrlichen Bäumen hier und hier der Eingang zur Sommerakademie. Frau prod�öagle, jetzt sage ich dir euch im Park. Ich halte ver pension, dass die Diener keine Schuhe crap und parkingeläge. fen. Letz Anna-Statue therapeutic. Ich halte mich jetzt bei un His父母, wenn jemand die cute gut angeht, ة die ich die aesthetic. Und wenn's die Möchse derivative? Möchse gibt ihn kh?"